Hallo, gestern habe ich geträumt. Ich habe geträumt, dass ich eine Blumewiese entlang schlenke und ich habe ein Liedchen gesungen und die Blume angeguckt. Und eine Blume hat mir so zugezwinkert und ich bin direkt mal hingegangen und habe mir die Margarita angeguckt und habe Hallo gesagt und da sehe ich, dass bei ihrem Lächeln der eine Zahn braun ist. Und ich beuge mich runter, um den Zahn zu betrachten und auf einmal verschlingt mich die Margarita und ich fall runter in der schwarze Schlund und ich sehe nichts mehr als schwarze Schwärze und ich fall, fall, fall und auf einmal höre ich eure Klospülung. Und ich gucke nach oben und über mir steht ein riesiger Hintern und er wendet sich und plötzlich sitze ich auf dem Klo und ich gucke so aus dem Fenster nunmehr auf die Straße und dort geschieht Sonderbares. Nackte Leute greifen sich mit Kürbis-Konfitüre, auf dem Kopf haben sie eine spitze Hüt mit Käsequasten und auf einmal habe ich einen feuchten Finger im Ohr. Das ist die Mama und ich frage die Mama, warum hast du da nichts an? Wir sind doch hier nicht am FKK-Strand und auf einmal sind wir am FKK-Strand. Und die nackte Mama steht immer noch da und ich halte mir meine Hände vor die Auge und die Auge sind durchsichtig und ich sehe die Mama immer noch. Und die Mama verwandelt sich in eine riesige Schüssel Fischsuppe und auf der Fischsuppe, da sind so Ringen und von hinten an mir, da kommt ein Geräusch, so ein dumpfes Umpf, Umpf, Umpf. Und auf der Schüssel, da sind wir so Ringen wie in dem Film von Jurassic Park. Und ich drehe mich um und was sehe ich? Ein Tyrannosaurus Rex schweicht sich an. Mein einziger Ausweg ist die Flucht durch die Fischsuppe. In meiner Angst springe ich in die Fischsuppe Schüssel und erwache in meinem Bett. Es war alles nur ein Traum. Da entdecke ich die Körbiskonfitüre und vom Nachtisch und stelle fest, ich träume immer noch. Ich bin in einem Traum aus einem Traum erwacht, wie bei Inception Traumlevel 2. Vor Schreck falle ich aus dem Bett und erwache. Als riesige Käfer, Inception Traumlevel 3. Ich krabbe zur Tür und stolper über Mabar und erwache. Hier! Aaaaaaah! Oh Gott! Hör mir was im Zahn, wenn man einmal nicht guckt. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Vielen Dank.